So, hallo Freunde, ein herzliches Willkommen von der schönsten Insel der Welt. Hier ist Peru Place, heute mal unterwegs auf unserer schönen Insel hier in Lanaka. Es gibt nämlich einiges zu erledigen, es ist Monatsanfang, Rechnungen müssen bezahlt werden. Ich war gerade beim Waterboard und eins ist ganz wichtig, neue Schuhe, weil ich glaube, ich habe noch kein Land erlebt, wo die Schuhe so schnell durch waren. Ich weiß nicht, ob es an der Hitze liegt, dass da einfach die Sohlen wegschmelzen, keine Ahnung. Ich will euch das Elend der aktuellen Schuhe gar nicht zeigen, da sind tatsächlich schon durchertrennt. Also es wird allerhöchste Zeit, deshalb mache ich mich jetzt erstmal auf den Weg, ein paar neue Schuhe kaufen und wir sehen uns gleich wieder. So, hier auf dem Weg sehen wir noch einen schönen Park, der gehört zum Naturwissenschaftlichen Museum. Sehr schön, der ist auch gerade so schön schattig hier. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Das ist übrigens ein Teil von meinem ehemaligen Arbeitsweg, ist schon schön, oder? Also zur Arbeit gehen war jetzt optisch nicht so schlimm, aber wie gesagt, ich brauche Schuhe, weil gerade im Herbst brauchst du hier Schuhe, weil dann wird es hier feucht-fröhlich und dann sollte man schon ein paar feste Schuhe haben. Und da ist schon der Schopf meines Vertrauens. Wunderbar. Und damit ihr euch auch mal ein Bild machen könnt von dem Elend, so sehen alle meine Schuhe nach spätestens einem Jahr aus. Also hier wirklich so Kraterlöcher. Also ich hänge wirklich der These an, dass es an den Temperaturen hängt, dass die einfach die Sohle wegschmelzen. Ja, also wie gesagt, es wird Zeit. Magic. Wir sind schon wieder zu Hause. Ja, eingekauft im Outlet-Store von Adidas. Wenn ihr mal bei uns auf der Insel seid, es gibt verschiedene Outlet-Stores von Markenfirmen. Schaut da mal rein, da gibt es nochmal gute Deals. Ich habe jetzt ein Schnäppchen gemacht, original, ja, die mit den drei Strichen. Ich sage den Produktnamen nicht, ihr seht uns sowieso. Nichts Besonderes, ich bin jetzt hier nicht so der Style-Terminator, also die müssen nur halten. Ich muss natürlich nicht gegenlaufen können, müssen relativ regelrecht sein. Und die sind auch hier für 36 Euro, glaube ich, kann man sagen. Okay, haben auch ein gutes Profil. Profil, wie gesagt, hier ist wichtig, weil, ja, das schmilzt einem hier schnell weg das Profil. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr schaut mal hier vorbei bei meinem nächsten Gaming-Stream oder Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Lasst auf dem Weg mal gerne ein Like, Follow oder Abo da und Daumen hoch natürlich nicht vergessen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.